Mache ich ein Video, jetzt, jetzt, jetzt. Video mache ich. Ah, nein, ich sollte das so drehen, bei Video. Oli, hat mich zwei Hände fest. Wo hat die Gezehka? Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nach rechts? Kein Interessant, Mann. Ich kann auch feiner haben, die Uhr. Oh, 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 oh. Der Freddy ist nach Florida gegangen, soll ein Boot kaufen, hat sich ein Stöder gekauft. Der hat sich gehört, der wollte ein Auto kaufen. Springe ich da jetzt einfach runter, oder? Ja, hier nach da, nein, ist egal. Nein, kann ich so auch runterspringen. Moment, Moment, ich müsste das filmieren. Ja, der bleibt stehen, der bleibt stehen. Der ist ein super großes Pferd, ne? Du, und der hat den großen V8-Motor. Der hat den großen V8-Motor. Ja, das ist wirklich schön, das so. Und ein deutscher Sattler, das gefällt mir auch. Ja, 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 mein von Deutschland noch. Hab ich umgebaut. Ja, aber das ist wirklich schön, so ein Pferd. Und vielleicht kaufe der Mercedes-Dos auch ein Pferd. Ja. Das Doste ist halt. Das Doste, da bin ich auf die Schnauz geflogen. Ah ja? Und das Ding, inzwischen die Eier. Oh, ich habe... Und ich musste reinarbeiten. Und ich sagte... War es der Leiter zwischen die Beine? Ja! Oh, Scheiße! Oh! 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 Die Bohnen, das Arschbohnen. Ja, ja. Und ich habe gedacht, ich konnte nicht arbeiten. Ich habe gedacht, ich habe es keine Throw-Up. Oh! Oh! So stehen! Komm her, so stehen! Carlos! Ja! I need to buy it better, bigger lander. Ja! Mit Gummi! Mit Gummi drauf! So, vor die Eier! Ja! Das ist wirklich schön, das gefällt mir wirklich gut. Habe ich dir ein Video gemacht? Ja, danke. Ist schon so super aus der Friere. Schaut doch, wie warst du der M4 Arsch da? Ja, nein, das war wirklich was. M4, ja. Sei vorsichtig, weil er stoppt nicht, weil er... Musst du die Bremse machen. Bremse machen. Stoppt er nicht. Das ist eine schöne Tür. Es geht voll im Camping rein. Abladen, Junge. Du! Und du, warum ist diese eine Leine auf das linke Bein? Weil... Das ist die Parking-Bremse. Genau. Für Agenu. Ja, für Agenu. Der ist... Manchmal will er nicht Agenu. Wie kommt... Agenu, weißt du, einer. Manchmal will er nicht. Und was ist das für eine Rasse? Shire. Shire. Was ist das für Rasse? England oder was? England. Diese Rasse, das sind die größten Pferde der Welt. Ja. Die Shires. Und... Die heißen auch Gentle Giants. Gentle Giants. Gentle Giants. Ja, normal hat er vier Weiße. Neh mal schneiden. Vier Weiße kostet er 12.000, 15.000. Ach so. Mit einem schwarzen... Ja, wie kann man denn schnell spritzen? Zwischen 12.000 und 15.000, weil er keine schwarze Weiße hat. Er hat einen Lackfiller. Lackfiller. Dann habe ich 700. Oh, habe ich... So einfach. Susanne ist... Du, kann man spritzen ein bisschen, oder? Natürlich nicht. Du, aber eine Frage. Ist das gute Pferde, zu machen Beef Jerky? Hey, he's got a good... Ja. 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 Ja.